Es wird Zeit für die beste deutsche Stürmerin in der Malle-Go-Challenge. Das heißt, ein Freischuss-Tor, ein Elfmeter-Tor, ein Elfmeter-Halten, ein Pound, ein Finesse-Shot. Aktuell auf Platz 1 sind Christiano Ronaldo und Lena Oberdorf mit einem Score von 9. Und wir beginnen mit den Freischüssen bei Alex Popp, natürlich mitten im Nackelball, Freunde. Das ist eingestellt. Mal gucken, ob sie die Kalle... Oh mein Gott! Freunde, denkt ihr, sie könnte bei den Männern mitspielen? Schreibt's mal gerne in die Kommentare. Jetzt hier der Elfer... Iiiiih! Halt, die verschießen! Aber eigentlich ist sie eine sichere Elferschützin. Oh, der ist drin. Let's go! Okay, sie steht jetzt einfach im Turn. Natürlich Grüße gehen raus an sie. Aber auch an alle, die am Wochenende in Halle mit dabei waren. Grüße. Und dann schauen wir mal, kann sie den ersten direkt halten? Ja, der könnte jetzt recht wichtig werden, glaube ich. Und sie hat ihn. Okay, wir kommen jetzt zu den Pausch-Shots. Aber vorher lasst mal gerne noch ein kostenloses Foto, beziehungsweise Abo dabei kaum jemand. Der Rest immer sieht, hat's bereits getan. Und dann legen wir uns mal den Ball von 25 Minuten. Let's go! Und es fehlen nur noch die Finesse-Shots, Freunde. Mit dem Linken, den ist Kanzel doch eigentlich oder der ist Latze? Schreibt doch jetzt unbedingt schon mal in die Kommentare, wer jetzt nächstes in die Malle-Go-Challenge soll. Und jetzt der Finesse, hoffentlich der letzte von Alex Poppern. Oh mein Gott, ist das nicht? I said right foot, create.